Willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün. Wie ihr seht, sind wir wieder ungefähr dort, wo wir letztes Mal waren. Zumindest was noch die offenen Gegner angeht. Und die wollen wir jetzt angehen. Und ich überlege mir, sind wir jetzt richtig gelaufen? War das schlau? Ne, wir werden da eh nicht durchgekommen, glaube ich. Natürlich werde ich mit dir spielen. Ja, okay. Okay, ah, okay. Lola. Lola möchte mit uns kämpfen. Und Lapras möchte mit Lola kämpfen. So schaut's aus. Beziehungsweise mit ihrem Radfratz und... Naja, gut, Rückzug-Kieb ist halt schon gemein, ne? Kommt halt zuerst. Ach, das ist wundervoll. So, Pikachu kommt. Nö, 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 nö. Wir bleiben dabei. Jetzt ist halt die Sache, wir sollten möglichst vor Pikachu drankommen, sonst... Aua. Ah, das klappt. So eine AP-10-Attacke ist halt schon heftig. Und wieder Radfratz. Nö, nö, nö. Wir bleiben dabei. Also, wenn das so weitergeht, ist Lapras relativ schnell nachgezogen. Und... Perfekt. Sehr schön. Wir haben sie besiegt. Oh, du durchtriebenes Balk. Wow. Die hat Asche dagelassen. Dann darf man auch ein bisschen frech sein. Ist okay, ist okay. Wenn es männliche und weibliche Pokémon gäbe, welche wären wohl stärker? Okay. Die hat ein Problem. Lass deine Pokémon gegen meine antreten. Warte mal, das ist doch auch wieder so eine Lola, ne? Ja. Aber es war freundlicher. Die Sylvia. Die Schönheit Sylvia. Ja, Pipi ist jetzt auch passender für Sylvia, die Schönheit sein möchte. Los, Lapras. Gefrierbrand für Pipi. Fast, 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 fast. Ja, Pipi hält halt ganz gut aus. Ach. Wir müssen jetzt ernsthaft eine 10er AP-Attacke dafür nochmal in Anführungsstrichen verschwenden. Aber okay, okay, okay. Wir wollen ja Lapras leveln. Dann nehmen wir das in Kauf. Dann kommt Mautzyne. Wir bleiben dabei. Also, nee, sorry, die Sylvia hat jetzt die viel passenderen Pokémon als die Lola. Was macht Finte? Ich habe das jetzt nicht gecheckt. Sehr schön. Perfekt. Und das war es auch mit ihr. Das war schon alles? Wow, wow, wow. Die hat Bruggedollar da gelassen. Da können wir ja die Äther raushauen. Das kostet ja fast gar nichts, wenn man betrachtet, dass wir von denen so viel Geld bekommen. Ich habe keine Ahnung von Pokémon, aber manche finde ich wirklich cool. Also, Lola, du solltest dir von dieser Dame hier ein bisschen die Manieren abgucken. Just saying. Oh, die stille Brücke. Oh, die stille Brücke. Also, ich kenne nur die stille Treppe. So, was willst du? Wow, deine Orden sind super cool. Ja, klar. Was hast denn du gedacht? Ich mache das nicht für den Fame. Ich mache das für die Orden, liebe Tabitha. Mit deinem Quapsel. So, 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 so. Also gut. Gut, dann ein bisschen Psychogramm, weil Quapsel Kampf ist und sollte ganz schön auf die Nase dadurch bekommen. Oder wird erst die Weiterentwicklung Kampf? Also als Typ. Ja, erst die Weiterentwicklung. Mhm. Ah, dreimal getroffen, okay. Aber das war es jetzt auch. Oh, ja, Labras ist wirklich mächtig. Passt schon legendär mächtig. Nee, nee, wir bleiben dabei. Wenn ich mich recht entsinne, sollte das nichts bringen. Ich fange da manchmal durcheinander. Ja, es ist nicht defektiv, aber es ist in diesem Fall jetzt egal. Nein, 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 ey. Wag es nicht. Unverschämtheit, Quapsel. Das kostet uns wertvolle Zeit, die ich damit verbringen muss, mich jetzt durch diese Menüs zu hangeln. Die einfach wirklich nicht, und das muss man sagen, für so viele Gegenstände gedacht sind. Und das geht auch wirklich viel zu lange. Mit der Poké-Flöte. Also, ich finde es ja nett, aber wenn man es halt zehnmal oder so gehört hat, dann... Ist es wie, wenn man eine Staffel Game of Thrones guckt? Auf Blu-ray. Und nach der dritten Folge hat man einfach keinen Bock mehr auf das Intro. Weil man denkt so, ey, ist okay am Anfang der Staffel. Und ich weiß, sie machen jedes Intro ein bisschen anders vor jeder Folge. Weil ich hab's ja verstanden. Ich hab's verstanden. Ich weiß, wer der Schauspieler ist, der mitspielt. Ich weiß die Schauplätze. Und... Lasst mich doch einfach skippen. Im Fernsehen versteh ich's noch. Da hat man das als Klopause. Aber bei Blu-ray? Naja. Das hat nicht ganz gereicht. Das stimmt. Gott, die hat ja kein Geld. Du hast diese Orten im Kampf gegen Arenaleiter gewonnen, oder? Nein. Sie sind vom Laster gefallen. Ja, was denkst du denn, ey? Deine niedlichen Pokémon möchten dich gern kennenlernen. Das klingt einerseits echt freundlich. Andererseits echt bedrohlich. Und zusätzlich... Also, ich hätte jetzt Kennenlernen zusammengeschrieben. Das ist doch schön am Deutschen, dass man zusammensetzen kann wie wild. Und das nicht nur mit Substantiven. Liebe Hilde. Oho, ein Taubsi. Oh. Ich glaub, Taubsi wird bald nicht mehr... Oh, ne, 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 da. Nicht mehr fliegen, wenn Labras... ...das vom Himmel holt. Mit Eisstrahl. Sehr gut. Sehr schön. Und dann Mauzi. Nö, nö. Wir regeln das so. Bei Labras gehen halt echt die AP aus. Das ist halt... Aha. Das ist halt so ein bisschen der Wermutstropfen. Sehr gut. Und wieder Taubsi. Ah, schade, wir haben keinen Eisstrahl mehr. Aber wir haben noch Psychokinese. Ein bisschen. Und das wollen wir doch gleich mal nutzen. Gegen Taubsi. Tschüssikowski. Sehr schön. Und... Langsam. Das wird, das wird, das wird. Sehr schöne Werte. Tauboga? Nö, 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 nö. Labras, komm. Ein Level geht noch, oder? One-Shot, bitte. One-Shot, one-Shot. Ah. Okay. Das wird dir jetzt auch nicht helfen. Na, gut. Passt doch. So, was hat sie noch zu sagen? Wow, du hast mich mit Leichtigkeit besiegt. Ja, klar. Du solltest mal deine Pokémon entwickeln lassen. Pokémon müssen viel kämpfen, damit sie stark werden. Diese Tipps, diese Tipps, Leute. Ach, echt? Ja, langsam, langsam wird das mit Labras. So. Das sind die coolen Biker. Oder die pseudocoolen. Tipps für Trainer. Drücke Select, um die Position von Items im Menü zu tauschen. Ah, das ist gar nicht so blöd. Ja, wir nehmen mal den Zerschneider. Lass uns da einfach mal gucken, was denn hier ist. Bei Pokémon-Kämpfen nehmen wir hier mal mit. No Fenser. Ne, das wollen wir nicht. Komm, einmal noch. Mhm. Da ist es schon wieder. Nö, nö. Das ist wirklich eine schöne Komfortfunktion, dass der Zerschneider jetzt hier erstmal für den Moment bleibt. Ich glaube, in Rot und Blau außerhalb des Bildes gehen, bedeutet das, dass der Busch wieder da war. So. Das wäre jetzt auch wichtig, dass wir den herlaufen lassen, sonst kommen wir da nicht durch. Bin unterwegs und habe Rückenwind. Eine Pop-Kulturelle Referenz. Oh Mann, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Der Clip davon war auch echt. Und wie wird man heute sagen? Cringe? Hallo, Joschka. Nein, ich habe das Lied im Kopf. Geh weg, geh weg, geh einfach weg. So. Konzentrier dich auf die Pokémusik. Zockehähnchen. Auf die Pokémusik. So. Also, Kampf hier. Nein, wir wechseln nicht das Pokémon. Wir nehmen Lapras so viel mit wie möglich hier. Und ein bisschen Psychokneser. Wundervoll. Wundervoll. Ich würde auch gerne mal interessieren, wie viel Freiheit haben eigentlich die Übersetzer jetzt bei so Texten? Weil das war jetzt sehr eindeutig auf den Dachraum gemünzt, diese popkulturelle Anspielung. Also zumindest in der Zeit gesehen. So. Und in dem Zuge würde ich gerne wissen, wie kam sie echt auf die Namen. Kloster für Wein. Viel Wein. Gut. Ach, Labras, es ist einfach schön mit dir hier. So. Und nun... Lasst uns den Vogel abschießen. Okay, das war schlecht. So. Aber es hat geklappt. Joschka wurde besiegt. Der Wind dreht sich. Oh. Was hat er zu sagen? Ich bin besiegt. Ich werde nach Hause fliegen. Junge, das war jetzt... Das war jetzt Einspruch dann doch zu viel. Ah. Das hat also gar nichts gebracht. Wir werden nicht ruhig gekommen. Damit Pokémon starke Attacken erlernen, muss man TM einsetzen. Ja und nein. Lieber Armin, das ist wie wenn du... Ups. Wie wenn du... Super Plus tankst. Ja. Ist guter Sprit. Aber man muss es nicht unbedingt, um... Gute Fahrwerte zu erreichen. Zumindest mit einem normalen Auto. Ein Taubsi kann auch ohne TM coole Sachen lernen. So. Dodo. Wir müssen wechseln. Denn wir haben jetzt ein Problem. Raichu, hilf mal. Denn wir haben keine AP mehr. Für Labras. Ist so. Das ist die Labras-Krise. Aber es kommt langsam ran an die anderen Pokémon, die wir im Team haben. Los. Und. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann ziehen wir das jetzt mal nach hinten. Oh. Da freut sich Raichu. Auch natürlich sehr fiktiv. Wert, wert, wert. Oh, das hat doch geklappt. Ich war zu schlecht. Mal verliert mal. Da, 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 da. Mal verliert mal. Mal verliert man. Mal gewinnt die anderen. Das ist ein Zungenbrecher. Fischers Fritz, Fisch, Frische Fische. Frische Fische, Fischers Fritz. Ja, das geht jetzt wieder. Eine durch eine VM erlernte Attacke können Pokémon nicht so leicht wieder vergessen. Ich habe gehört, Schläge auf den Hinterkopf. Naja. Na. Das war, das war noch die Erziehungsmethoden zu Bud Spencer-Zeiten. Sag mal. Zu Bud Spencer-Zeiten. Und es ist wichtig, liebe Leute, dass man die Bud Spencer-Filme von Generation zu Generation weitergibt. Sonst die jungen Leute, die jetzt Pokémon kennenlernen, jetzt als kleiner Stöpsel. Stellt euch vor, wie es passieren würde, wenn die ohne Bud Spencer aufwachsen. Das wäre eine Katastrophe für die Gesellschaft. So, guckt er uns überhaupt noch an? Guck mal, da guckt uns dich mal mit dem Hintern an. Ah, jetzt endlich. Was hast du so dumm aus der Wäsche? Ja, ich stehe hier schon gefühlt zehn Minuten und warte, dass du uns... Naja, dein Motorrad von vorne zeigst. Oh, 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 oh. Ich brauche ein Getränk, das in kleinen Gläsern kommt. Und ein Getränk, das man sehr schnell leer trinkt. Und dann die nächste Runde bestellt. Diese Namen. Ah, ohne Worte. So. Ne, ne, jetzt ernsthaft, wie kommen die auf Hiob? Ein alttestamentarischer Name. Um es jetzt sehr korrekt auszudrücken. Der... Niemand nennt sein Kind Hiob. Das ist wie... Dagegen ist sein Kind Kevinin oder Chantalle. Ne super Idee. Wie... Niemand heißt Hiob. Niemand. Oder... Was mein Brauch nicht? Judas. Wer nennt sein Kind Judas? Leute. Also, kennt ihr die Legende, wie Resident Evil zum Namen Resident Evil kam? Also im Prinzip, was bedeutet ja Resident Evil? Im Prinzip so viel wie böser Einwohner. Äh, Peasant Evil oder Citizen Evil wäre ja korrekteres Englisch, sag ich mal. Oh, Levelaufstieg. Sehr schön. Aber was ist passiert? Da hat wohl irgendjemand bei Capcom ein Wörterbuch aufgeschlagen. Was ist... Was ist dann das englische Wort für Einwohner oder Bürger? Ah, Resident. Und dann nehmen wir Evil dazu und daraus entsteht Resident Evil. Ich mein, ja, heutzutage Resident Evil ist ne Marke. Aber eigentlich ist das total... Total bescheuert. Das ist wie... All your base are belong to us. Das hat sich halt verselbstständigt. So, und das... Liebe Übersetzung, wie... Wie... Wie ging das? Hat man das euch aus Japan vorgegeben? Oder... Naja, gut, damals war ja noch die Generation Praktikum. Aber trotzdem... Ah, zack. Getriebeschaden. Okay, da war jetzt wieder passender Spruch. Ui, äh, da... Ne, hau bloß ab. Also hat wenig mit dem Hiob zu tun, den ich jetzt aus dem Alten Testament kenne. Und zwar nicht nur wegen der Frisur. Oh, doch da. Meine Vogelpokémon sind gut auf Kämpfe vorbereitet. Ja, aber mein Raichu ist auch gut auf Kämpfe mit deinem Vogelpokémon vorbereitet. Lieber Vogelfänger Malte. Ja, geht doch. Malte. Normaler Name. Passt auch in die Zeit. Vollkommen in Ordnung. Man weiß nicht, ist das Spitzname oder ist das der richtige Name. Aber es funktioniert. Ist Malte, also ich weiß, es gibt Malte ja auch als Kurzform Name, so wie Chris zu Christian. Gibt ja auch Chris einfach so. Kommt das vom Malteser oder Maltaseus oder so? So, Habitat kommt. Also es klingt jetzt einfach so nach einem Namen, der mal abgekürzt wurde und sich dann verselbstständigt hat, dass die Abkürzung auch ein eigenständiger Name wurde. So. Perfekt. Das ist ja wunderbar hier für Raichu. Oh. Und? Komm, komm, komm. Das ist sehr effektiv. Nein, das passt. Wisst ihr, jetzt gerade im Kopf, wenn man das spielt und aufnimmt, dann geht einem auch so ein bisschen rum, okay, was passiert gerade, wie nenne ich vielleicht die Folge? Das sind einfach so Gedanke. Und jetzt nach dem Kampf gegen Hiob, manchmal kommt es erst einen halben Tag bis Tag später, wie ich es nenne. Manchmal auch relativ schnell. Man will ja irgendwie einen Bezug herstellen. Aber dank Hiob habe ich jetzt sofort schon eine Idee. Danke. Sie waren nicht stark genug. Nee, die Pokémon von dir waren gut, lieber Malte, aber Raichu halt. Sie müssen stärkere Attacken lernen. Nein, daran hat es nicht gelingen. Sag mal so, woran sie gelingen hat, daran hat es nicht gelingen. Oh, und jetzt noch die zwei. Ach, den hatten wir. Den hatten wir, aber den nicht. Hast du einem Vogelpokémon schon das Fliegen beigebracht? Ja. Aber ich finde nett, dass er einen hier drauf aufmerksam macht, denn es ist nicht gesichert, dass man zu diesem Zeitpunkt schon Fliegen hat. Da hat der Anton schon recht und da ist das eine gute Erinnerung. Oh, ich muss mir noch Fliegen holen, wenn ich weiß, wo Fliegen ist. Ich meine, man kann das Spiel auch komplett ohne Fliegen durchmachen, was ein bisschen grausam wäre, aber es geht. Wenn ich jetzt so durchgehe. Es gibt schon die ein oder andere Abkürzung. Also es ist noch vertretbar. So, Dudu. Dudu. Schön. Weiter, weiter. Weiter, weiter. Und. Ach, das ist einfach schön, diese One-Shots. Einfach mal nach Safronia City so entspannt. Und Level 40. Gratuliere, Raichu, zum 40. Geburtstag. Oder so ähnlich. Sehr schön. Was sagt er? War das eine Bruchlandung? Ich empfinde Fremdscham für die Sprüche. Die sind so schlecht, dass es eigentlich wieder gut ist. Aber sie sind schlecht. So. Dann hätte ich gerne als nächstes Ibi-Tag. Wir wollen jetzt alle Stück für Stück auf Level 40 hochhauen. Und. Jetzt geht's dann. Immer noch hier ein Stückchen weiter. Wir haben's noch nicht geschafft. Wir sind noch immer nicht. In Fuchsania. Aber wir kommen dahin. Wir kommen dahin. Wir kommen dem Ziel näher. Bis zum nächsten Mal.